Herzlich willkommen im S-Finanzforum der Sparkasse Rhein-Nahr. Mein Name ist Alexander Schmidt. Ich bin hier bei uns Vertriebsdirektor für das Unternehmens- und Firmenkundengeschäft und einer der Hausherren unseres S-Finanzforums. Mit unserem S-Finanzforum sind wir ganz neue Wege gegangen und zwar in unterschiedlichen Sphären. Wir standen vor der Herausforderung, in eine bestehende Bebauung quasi ein rein Mittelhaus hineinzubauen und gleichzeitig die Büros, die Büroflächen natürlich mit entsprechendem Licht zu versorgen. Dafür haben wir einen großen Innenhof geschaffen und sind von dem bisherigen Einzelbüro der Berater mit Beratertisch hingegangen zu einem Open Space Konzept, was dem Geist unserer Zeit entspricht und haben für die Kunden des Unternehmens- und Firmenkunden wie auch des Private Banking-Bereiches einen neuen attraktiven Kundenbereich mit entsprechenden Beratungszimmern geschaffen. Gleichzeitig wollten wir aber auch als regional verwurzeltes Institut Regionalität auch in diesem Gebäude mit in den Vordergrund stellen. Das haben wir geschafft dadurch, dass wir zum einen entsprechenden Hundsrücker Schiefer verbaut haben, aber auch durch die Saline eines der Wahrzeichen Bad Kreuznachs direkt in unserem Eingangsbereich untergebracht haben. Insofern freue ich mich, Sie jetzt hier begrüßen zu dürfen und Ihnen unser neues Juwel in der oberen Mannheimer Straße vorführen und zeigen zu dürfen.